Heute geht's mit der Disziplin 3 weiter und zwar mit Hochsprüngen. Genau meins. Und wieder mit einer Hindernisläuferin. Heute die Fabienne Schlumpf. Und ja, starten wir mal. Da ist ja auch schon die große Fabienne. Ich habe mir ja eine Challenge überlegt. Was das Springen angeht, wird sie mir, glaube ich, ja, einen Schritt voraus sein. Aber wir machen es einfach mal. Aber bevor es losgeht, der Wetteinsatz. Falls du gewinnen solltest, kriegst du eine Laraschische Goldmedaille per Hand von mir gemalt und signiert. Was sagst du dazu? Die Wette gilt. Sehr cool. Wir machen drei Sprünge. Der erste wird gleich sein, quasi so ein Strecksprung. Ganz normal. Knie bleiben quasi durchgestreckt. Der zweite wird sein mit Knie rangewinkelt. Und der letzte wird quasi ein Strecksprung sein. So ein bisschen. Ihr spreizt die Beine und die beiden Beine. Ein. Drei, zwei. Ich dachte, was du vor? Der schöne Strecksprung. Die Kamera sagt eindeutig klarer Sieg für Fabienne. Sie kriegt eine Goldmedaille, die Larasche Goldmedaille gemalt, dass die zweite Goldmedaille folgt. Alles klar. Sehr gut. Danke dir. See you again again.